Die Terraner auf die Jupiterstation 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 Und ihr findet diese Sachen unter Promotions Solltet ihr sie suchen Da T6 Starship Coupon Gift Das ist ein Schiff der Hestia-Klasse Das ist das Nachfolgermodell der Prometheus Das ihr in der Folge Voyager einmal sehen könnt Falls ihr diese Folge verpasst habt, schaut sie euch an Die ist sehr tiefgründig und es ist eine klasse Folge Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz hier ein neues Raumschiff verhalten Ja, ich gönne uns jetzt die Zeit, dass ich euch zeige, mit was für einem Schiff wir diese Mission pflügen Also es geht um das verbesserte Escort-Schiff Das ist die Prometheus-Klasse, so wie ihr sie hier seht Ist sie in der Serie Voyager zu sehen Ich glaube irgendwas mit in einer Flasche oder so Zeit in einer Flasche oder Geist in einer Flasche oder so Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der Titel hieß Und da trifft die Voyager auf dieses treibende Schiff hier Und überlegt, ob sie sich das aneignen oder nicht Der holographische Doktor wird an Bord der Voyager gebeamt Und muss feststellen Äh, Quatsch, der Voyager, der Prometheus gebeamt Und muss feststellen, dass die Prometheus von einem Trupp Romulana gekapert Und in den Delta-Quadranten versetzt wurde Irgendwie so, also ich erinnere mich jetzt auch nicht an alle Details Jo, und im Zuge dieser Mission können sie auch Kontakt aufnehmen mit der Föderation Und sie darüber informieren, dass die Voyager nicht verloren gegangen ist Sondern im Delta-Quadranten 60.000 Lichtjahre entfernt gestrandet ist Den Rest der Geschichte kennt ihr So, dann wir fliegen jetzt Ach du Scheiße, sind das ein Haufen Schiffe Äh, Kategorie Escort-Schiff Alles weg, nur nicht Escort Dann finden wir es am ehesten Wir fliegen jetzt dieses Schiff, das Nachfolgermodell quasi Und das ist Theorie, wie ist es das hier Ja, also wir fliegen hier die Hestia-Version Und falls es euch interessiert, könnt ihr in Ruhe die Werte studieren Ich werde es nicht vorlesen Aber ihr sollt die Gelegenheit von mir erhalten Euch über das aktuelle Raumschiff, mit dem wir diese Mission fliegen, zu informieren Und das hier ist schon die Flotten-Version Flotte K6 Wir brauchen K6 Interessant, dann weiß ich auch gleich, dass es eine Flotten-Version gibt Das habe ich nämlich bisher noch nicht gecheckt Wo ist sie denn, die K6 Ja, Vorführeffekt, jetzt finde ich es auf die Schnelle nicht Na, wenigstens die Flotten-Version habe ich gefunden Gekauft, K6, Kategorie Escort-Schiff, eigentlich müsste sie Wahrscheinlich sehe ich gerade einen Wald voll lauter Bäume, nicht? Aber gut, die Flotten-Version habt ihr gesehen Ich zeige es euch nochmal ganz kurz hier Ich habe mich für dieses Outfit entschieden Das ist nicht das Prometheus-Outfit, sondern Was ist das? Moment Ich muss jetzt nachschauen Hier drüben beim Schiffsanpassen Und dann starten wir mit der Mission Ich habe jetzt nicht vor, das Endlosen Tod zu labern, das Thema hier Das ist also Das Cerberus-Design Und das hat einen Multivektor-Angriffsmodus Den werde ich euch im Verlauf des Videos mehrmals vorführen Da könnt ihr nicht, wie bei der Enterprise D Nicht nur die Untertassen-Sektion abtrennen Sondern auch einen weiteren Teil des Schiffs Ihr bekommt dann drei Teile des Schiffs Und alle drei Teile sind theoretisch warpfähig Was sich natürlich jetzt innerhalb von Star Trek Online Wohl eher nicht bemerkbar macht Aber Das unterscheidet es auch von der Enterprise Weil die Untertassen-Sektion ist ja nicht warpfähig Und jetzt starten wir mit der Mission Äh, Punkt Wieso Oberflächenspannung? Nein, Innenarbeit So Mal alles, was irritiert, entfernen Ich habe doch jetzt die Mission angenommen, oder? Basierend auf dieser Mission Haben sie natürlich ein neues Ereignis gemacht Und das Äh, ja Aktuelle Event Hier Jupiter Eratus Ist halt das Ereigniskommando Das zu dieser Mission dazu passt Ähm, habe ich das jetzt? Sorry Nö, habe ich nicht Wir haben das schon gehört So Jetzt Habe ich vergessen anzunehmen Ich habe nur den Dialog gehört Alles auf Rot Und dann los geht's Da sehen wir ja Äh Die Spiegelversion von Von Janeway Hier, da haben wir Von der Von der Terranischen Flotte Hier sehen wir Tilly Und hier sehen wir die Spiegelversion Und von Captain Q Marke Nächstes Ziel Sol System Orbit des Jupiters Machen wir uns mal Also Gut Redshift Äh, ich dachte So zur Einleitung War das schon hilfreich Jetzt Ihr sollt ja auch wissen Mit was Mit was für ein Schiff Wir fliegen Ich habe übrigens Ikoniana Waffen Ausgerüstet Das sind relativ teure Ich wünsche wir uns Unter besseren Verständnissen Die Terrans Hattet uns ziemlich hart Heute Viele unserer Schiffe sind in Träumen Sieh, was du tun kannst Um zu helfen Wir sprechen Machen wir Wenn wir alle Ausverlässigkeit haben Ja, sie ist definitiv älter geworden Klar, logisch Schön, Sie wiederzusehen Admiral Ich wünschte, wir könnten unter besseren Umständen treffen Die Terraner haben uns heute schwer zugesetzt Einige unserer Schiffe haben gravierende Probleme Vielleicht können Sie ihnen helfen Wir können weiterreden, wenn alle in Sicherheit sind Verstanden Beginn der Rettungsoperation Wenn Sie medizinisches Personal abstellen können Würde uns das sehr helfen Wir müssen also die USS Wir gehen auch mal bei der USS Juno vorbei Ich glaube, jetzt habe ich ein Schiff übersprungen Kann ich da irgendwas machen? Ja, kann ich Wir sind zumindest mal stabilisiert Aber eigentlich soll ich zu dem Schiff hier Rettungsteams rüberbeamen Also es ist ein Escort-Schiff Außenteams empfangen So, jetzt zur Juno Warmer, warmer gerade schon Hier spricht Hier spricht die Juno Unsere Hauptenergie ist ausgefallen Technische Unterstützung wäre sehr willkommen Da habt ihr Danke, wir bringen die Leute zurück Hier spricht der Schiff Der Rett von der Akron Uns läuft die Zeit davon Unser Warpkern ist im kritischen Zustand Und Wir können ihn nicht auswerfen Wir müssen sofort alle evakuieren Den Transporterraum bereit machen Für Nottransport Evakuieren so viele Menschen wie möglich Von der Akron Bevor ihre Warpkorn brechen So Es sind zwei mehr Gruppen, die rausbekommen Ich habe dir so viel Zeit, wie ich kann Die letzten von uns sind bereit für Transport Hörst du, die Akron ist bereit zu brechen So, und jetzt sollten wir mal auf Distanz gehen Ja, habe ich Äh, ihr könnt die Dialoge hier lesen Ich werde nicht hinterher kommen Den Verlust der Akron mit anzusehen Viel schwer Aber sie haben die Besatzung gerettet Das zählt am meisten Gut gemacht Die Situation wird immer komplizierter Und Offiziere wie sie können mir helfen Die Sache auf den Grund zu gehen Treffen wir uns auf der Voyager Um dies persönlich zu besprechen Das sieht hier ganz übel aus Da Der Voyager Also ich habe diese Mission noch nicht gespielt Ich habe nur das Einsatzkommando dazu gespielt Deswegen ist jetzt zumindest die Umgebung Nicht völlig fremd für mich hier So, machen wir mal einen Größenvergleich Also ihr seht schon Die Hestia ist ein ganzes Stück größer als die Voyager Um mindestens ein Drittel So Auch wenn ich sie so rumdrehe Irgendwie perspektivisch Ja Verstanden, Steuermann Bringen sie uns auf Transporterreich weiter zur Voyager Na Voyager, bitte um Erlaubnis an Bord zu beamen Einverstanden, wir treffen uns im Transporterraum An Bord beamen Ja, ich komme nicht dazu Alles vorzulesen Was da im Chat reintrudelt Das wird noch chaotischer werden So wie ich das Spiel kenne Jetzt wäre es gerade noch gegangen Aber Dafür haben wir den Chat ja Dass ihr das Notfalls nachlesen könnt Ich schaue jetzt mal kurz Ob ich Ob bei den Dialogen Was wichtiges da war Dass ich noch schnell Nachträglich lese Aha, er patcht noch Gut Ja, und da könnt ihr ja selber sehen Was das aktuelle Event gerade bringt Ja, und sowas habe ich verwendet Um mir die Die Hestia-Klasse zu holen Das Jerox Alliance Carrier Shift Das scheint mir teilweise Romulanischen Teilweise Föderationstechnologie zu beinhalten Wenn ich mir das so anschaue Das Design Ist wohl eine Verschmelzung Ich drücke mal die Pause-Taste So, jetzt dürft's gleich weitergehen Was? Er fängt schon wieder zum Patschen an Ah, jetzt Ich höre Musik Ich bin mal gespannt Ob wir noch mehr alte Bekannte treffen Kommen Sie mit Ich erzähle Ihnen auf dem Weg zum Konferenzraum Alles, was Sie wissen müssen Ich schaue mal ganz kurz hier Evakuieren Sie so viel Personal wie möglich Von der Akron Bevor der Warpkron bricht Ja, haben wir gemacht Es gibt noch zwei Gruppen Die herausgebeamt werden müssen Ich versuche Ihnen Zeit zu verschaffen Haben wir auch erledigt Die letzten von uns Sind für den Transport bereit Beilen Sie sich Der Warpkron wird bald brechen Das wären dann alle Die Akron war ein gutes Okay, wir haben nichts Wichtiges verpasst Das wollte ich jetzt mal checken Gehen Sie voran, Edmere Das ist, was wir bisher wissen Solltest du jetzt nicht vorangehen? Haben die Namen? Nee Also, sie folgt Die Flotte der Terraner konnte ohne Widerstand mit Warpgeschwindigkeit ins Solsystem vordringen Irgendwie haben sie es geschafft, alle Sicherheitsvorkehrungen auszuhebeln Gehen wir zur Brücke Nachdem sie mit den Schiffen fertig waren, haben sie die Station überfallen Ihr Ziel war ungewöhnlich Selbst für Terraner Aha, der Konferenzraum Wer bist denn du? Das ist mildly Was? Admirale Lita Die hat das also mitgehört Ja, also lassen Sie uns loslegen Das ist milder ausgedrückt Das war Admirale Lita Die haben irgendwie ein bisschen zu viel am Aussehen rumgeschnitzt Vorher war Sasi und der Lita, die wir kennen, ähnlicher Finde ich Aber gut, ist nicht schlimm Die Situation besprechen Wie Sie wissen, haben die Terraner zuvor eine geheime Forschungsstation im ISAR-System überfallen Sie haben dort eine Menge geheimer Daten entwendet, die sie jedoch wieder beschreifen konnten Der Geheimdienst der Sternflotte glaubt, dass die Terraner gefunden haben, wonach sie suchten Und dass sie dies hierher geführt hat Zur Jupiter-Station Interessant Fahren Sie fort Ich traue Admirale Lita übrigens kein Stück Die wird, sobald sie kann, uns in den Rücken fallen Ich bringe einen Konsultant, um zu diesem Briefen zu helfen Jemand, mit der ersten Erfahrung von dem Inzidenz an der Jupiter-Station Und das ist das Du wirst magst du Ich hab dich Wenn du fertig bist, glaube ich, ich will nicht mehr hier sein wie du Let's get this over with 14 hours ago, I let a Terran strike force operation to Jupiter station. All right, let's get started. The operation is about to commence. We've entered Federation space und detected thanks to security codes obtained by Imperial agents. By the time we drop out of warp in the Sol system, it'll be too late for the defenders of Jupiter station. Wir wissen übrigens immer noch nicht wirklich, wer der Imperator ist. Da werden wir wohl noch eine Überraschung erleben. Die Operation wird bald beginnen. Wir sind unbemerkt in den Raum der Föderation eingedrungen dank der Sicherheitscode, die die imperialen Agenten beschaffen konnten. Wenn wir im Sol-System mit Warp-Geschwindigkeit ankommen, wird es wird die Verteidiger der Jupiter-Station zu spät sein. Wie Lämmer auf dem Weg zur Schlachtbank. Dieser Plan ist leistendig, selbst für Sie, Marshal. Wir haben es hier nicht mit einer Legion aus Cyborgs zu tun. Ich würde lieber den Rest meiner Tage in einem Gefängnis der Sternenflotten verbringen. Oder tot sein. Sie wissen schon. Ihr Einwand ist zur Kenntest genommen, Captain. Möchten Sie Ihre Sorgen vielleicht dem Imperator vortragen? Es ist ja schließlich sein Plan. Nein? Sonst noch jemand? Hätte ich auch nicht erwartet. Die Glückwunsch, wie sie sagen, bewertet die Böden. Wenn wir heute zufrieden, wird die Wunsch des Imperators unser sein. Also, bitte fassen Sie unsere Mission-Objektiven, Marshal. Sehr gut, Inquisitor. Schau kurz. Als wir auf die Jupiter-Station kommen, werden wir ihnen die Chance, zu erinnern. Sie können ihre Böden zeigen, ohne einen Schuss zu fangen. Wenn nicht, werden wir sie mit ihnen und beobachten die Station. Wir finden den Imperator-Prize, sie sichern, und zurückkommen zu unserem Universum. Und der große Reward, der uns dort erwartet. wo uns große Belohnungen erwarten. Für das Empire, äh, Imperium. Es ist Zeit. Ich könnte einen guten Kampf nutzen. Und die Leute fragen, warum sie dich Killy nennen, Sylvia. Das Imperium wurde auf Blutdurst errichtet. Es wäre klug, das nicht zu vergessen. Ich glaube, das hat Inquisitor Cadrissia gesagt. Es wird ja auch Zeit. Ich könnte einen guten Kampf gebrauchen. Und die Leute wundern sich, warum man sie Killy nennt, Sylvia. Das Imperium wurde auf Blutdurst errichtet. Es wäre klug, das nicht zu vergessen. Ich glaube, das hat, äh, Inquisitor Cadrissia gesagt. Bisher hat es ihnen gut gedient. Ich muss mich da erst dran gewöhnen, dass Cadrissia... Also... Sorry. ...zum Turbolift gehen. Ach, ja. Als Inquisitor ist er bestimmt ganz weit oben im Rang, knapp unterhalb des Imperators. Da muss ich mich wirklich erst mal gedanklich dran gewöhnen. Äh, da nicht. Haben die Namen? Nee. Ich check nur, ob die Namen haben, weil... Wer bist denn du? Wie kriege ich denn die am besten ins Bild? So, ne? Besser wird's wohl nicht gehen. Zur Deck 4 gehen. Ach, ich... Was, ich sollte jetzt sein? Ich schar Party nicht. Ich habe meinen Liegen. Denken wir aus. Ja, ja. Ich habe eins zu dir. Na, nicht, warst du dich. Man wird's nicht b Jet. Ich habe dich blTC. Ich habe mich sch gefunden. Ich habe dich das nicht. Wir können mich zu entdecken. Wir sind hier in ihrem Schroeder. So, ich versuch's mal. So. Ja, ja. Hören Sie auf, mit mir zu flirten, sonst wird Kuhmarke erröten. Das war Tilly. Reuspert sich. Das war dann Kuhmarke. Soweit ich weiß, hat Marshall Janeway etwas gegen Spaß wirken. Wir sind hier auf Ihrem Schiff. Der einzige Ort, wo Sie hingehen, ist Ihr Grab. Ich glaub, das war dann dieser männliche Typ da. Das sehe ich anders, Verräter. Ich habe jetzt lang genug in Ihren Schatten gestanden. Halten Sie die Klappe und kämpfen Sie. Das war Karl Riss ja wieder. Das hätte ich schon vor langer Zeit machen sollen. Ich bin erstaunlich, dass Sie das Rückgrat haben, das zu versuchen. Puh, ist ein bisschen mühsam, aber was hilft's? Ich denke, ich werde hier mal eine neue Folge aufmachen. Weil, äh, ich nehme an, eine bessere, eine bessere Position, wenn ich jetzt da drüben, also wenn ich jetzt noch vier Minuten warte mit einer neuen Folge, dann wird's wahrscheinlich mitten im, in der Action schneiden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.